Yo Leute, was geht und willkommen zu diesem Video. Wir haben heute Age of Waiting Part Nummer 8. Und zwar Leute, es ist zur Zeit die Gamescom und der Tame ist natürlich auch mit am Start. Und wir quatschen heute einfach mal ein bisschen über die Neuigkeiten, die es jetzt gibt nach der Gamescom zu Age of Empires 4, wie gewohnt. Und ganz zu Anfang können wir natürlich sagen, sie haben ein bisschen mehr erzählt zu den zwei fehlenden Nationen. Dann kannst du ja gerne mal sagen, was es noch so für Neuigkeiten gibt. Die zwei neuen Nationen sind einmal Russen und das Heilige Römische Reich, also mehr oder weniger die Deutschen. Und genau, das hatten wir ja schon mal bekannt gegeben, aber dazu gibt es jetzt halt nochmal ein paar neue Infos und die schauen wir uns einfach nochmal genau an. Nochmal kurz vorweg als Info, das Game kommt am 28. Oktober 2021 raus, also freut euch schon mal drauf. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mal ein. Falls ihr noch Infos zu den anderen sechs Nationen haben wollt, könnt ihr gerne unser Video dazu noch angucken. Die haben wir auch schon alle näher beleuchtet. Und genau, ansonsten allgemein haben sie noch gesagt, dass es eine Stunde Doku-Material geben wird im Game, wo die quasi so, ja, die früheren Szenarien und die früheren Waffen und sowas näher bringen. Und das soll halt ungefähr eine Stunde umfassen in Game, ob man das jetzt braucht und sich ein Game deswegen holt. Ja, doch, da könnt ihr euch geschichtlich weiterentwickeln. Das ist wichtig. Genau. Ne, aber es ist vielleicht ein cooles Gadget, so kann man sich mal geben. Auf jeden Fall und sie legen da halt auch ziemlich viel Wert drauf. Aber gut, machen wir mal weiter und fangen einfach mal an mit dem Heiligen Römischen Reich. Und da kannst du ja mal so ein bisschen die Charakteristik beschreiben von dem Volk. Also, wir haben natürlich wieder nur ungefähr zwei Minuten Gameplay bekommen und ein paar grobe Infos. Aber insgesamt soll es eher ein defensiv starkes Volk sein und auch sehr religiös, beziehungsweise wirtschaftlich starkes Volk. Das heißt, dass man die wahrscheinlich nicht unbedingt gerade im krassen Rush sieht, sondern schön eingebaut mit tausend Gebäuden, die man alle zerstören muss. Und sie haben anscheinend eine sehr gute Infanterie mit sehr vielen Upgrades. Das heißt, man kann die leicht, also die easy, die schlechte Infanterie vom Anfang eigentlich, die man so in Age 2 baut, bis ins letzte Zeitalter ganz gut entwickeln. Und ja, das soll anscheinend ihre Stärke sein. Die haben dann sogar noch mehr Waffen in der Hand und ja, das haben wir erstmal so entnommen. Und ja. Genau, dann haben sie auf jeden Fall auch noch starke Bauwerke mit einem eigenen Einflusssystem für eben mehr Lebenspunkte. Also sprich, wenn man eng baut und ja, die Gebäude beeinflussen sich alle gegenseitig und je enger man quasi diese Turtle aufbaut, desto stärker ist es eigentlich. Und angefangen natürlich beim Town Center, also beim TC. Das hat von Haus aus mehr Lebenspunkte als andere im Game. Und ja, dort kann man dann halt auch die Priester sozusagen ausbilden. Das sind in dem Heiligen Römischen Reich die Prelaten. Und zu denen kommen wir aber später nochmal. Und Adam Icegreen hat auch gesagt, dass sie wohl sehr mächtig sind mit ihren Entwicklungen. Also es soll ein sehr starkes Volk, wie du ja gerade eben schon gesagt hast, werden. Und was auch ganz gut sein soll, ist, dass man die Reliquien in Gebäude einquartieren kann. Also nicht nur wie normal in die Kirche oder ins Kloster, sondern wirklich halt in die Gebäude, in die Militärgebäude, die dann dadurch auch verbessert werden. Ja, Mann. Und zu den Wundern. Es gibt ja immer, wie ihr wisst, zwei verschiedene Wunder, mit denen man ageen kann ins nächste Zeitalter. Die haben bisher jetzt nur ein Wunder immer pro Age bekannt gegeben. Und für Age 2 haben sie die Aachener Kapelle bekannt gegeben. Das ist sozusagen ein Gebäude, was ein inspirierendes Gebiet gibt, wenn ein Prelat drin sitzt. Oder wenn Prelaten drin sitzen. Was jetzt inspirierendes Gebiet heißt, wissen wir nicht genau. Wahrscheinlich wird das irgendwie eure Eco-Boosten in dem Gebiet oder die Militärunits oder vielleicht auch beides. Das wissen wir halt nicht genau. Dann gibt es für Age 3 den Burgave-Palast oder Burgave-Palast. Und der bildet Units im Block aus, was wir aus Age of Empires 3 natürlich kennen. Das heißt, ihr könnt statt einer Einheit zum Beispiel fünf Einheiten ausbilden. Und Leute, das vermisse ich sowieso schon. Für das vierte Zeitalter haben wir dann den Elsbach-Palast. Das ist quasi ein großer Bergfried mit viel HP. Und der hat gleichzeitig noch so ein Plus, dass er in seinem Umfeld, also in seiner Aura, den Schaden an den Gebäuden, die um ihn herum gebaut sind, quasi reduziert. Also ihr merkt schon, eng bauen und turtle-mäßig gibt das Volk einiges her. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter mit den Einheiten. Ich fange mal an. Du kannst dann die zweite Einheit machen, über die wir schon ein bisschen geredet haben. Also es gibt den Landsknecht, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Der hat ein Zweihänder, also ein großes Schwert in der Hand und macht damit auch ordentlich Flächenschaden. Und ist halt eine relativ schnelle Einheit mit wenig Rüstung und ist deshalb auch gut gegen schwache Masseneinheiten sozusagen. Dann haben wir noch den Prelat oder die Prelaten bzw. Priester, die stehen sogar schon ab Age 1 zur Verfügung. Und die sind eigentlich mehr oder weniger wie normale Priester. Und die können durch eure Base laufen und erhöhen dann sozusagen die Moral von euren Dorfbewohnern oder Units. Und erhöhen dann in dem Fall die Produktionsgeschwindigkeit oder halt die, ja wahrscheinlich Angriffsgeschwindigkeit oder Lebenspunkte oder so von euren Einheiten. Und ja, das war eigentlich erstmal so zum Heiligen Römischen Reich alle groben Informationen, die wir so entnehmen konnten. Oder fällt dir gerade noch was rein? Ne, das war's. Wir können eigentlich weitermachen gleich, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also das nächste Volk, was wir am Start hätten, wären die Russen. Und da haben wir natürlich auch ein paar neue Informationen bekommen. Und ja, hau mal raus. Was hast du da als erstes auf der Liste stehen? Also erstmal profitieren die mehr von der Natur um sich herum als andere Völker. Also sprich, sie haben Jagdhütten anstatt Mühlen. Das Ding ist quasi, ja, ein bisschen anders aufgebaut. Man kann dort unter anderem auch Scouts ausbilden drin. Und wenn das Ding nah an einem Wald gebaut wird, dann sammelt es auch stetig Gold, also generiert auch Gold. Das heißt, die Russen haben auch irgendwo ein Interesse, nicht alle Wälder abzuholzen um sich herum, sondern halt auch Wälder stehen zu lassen, damit sie dort Gold generieren können. Und sie sammeln halt an erlegten Tieren Nahrung und immer auch ein bisschen Gold mit. Dazu gibt es auch zu diesem Jagdsystem auch noch ein Kopfgeldsystem für die erlegten Tiere. Das heißt, je mehr Tiere ihr erlegt habt, desto höher ist die Sammelrate an den Tieren, die noch übrig sind. Das ist ganz interessant, weil dadurch bleibt die Hand über das ganze Spiel eigentlich interessant. Weil, ja, dadurch die Sammelrate halt immer besser wird und immer stärker. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall interessant, vor allem wie das mit den Abholzen sein soll. Und so bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, was wir noch entnehmen konnten, waren, dass sie recht starke Gebäude haben anscheinend. Also die starten zum Beispiel statt mit Holzwall, schon mit Palisadenwellen sozusagen. Und was dann natürlich ein bisschen stärker ist. Ja, sie haben noch so eine hölzerne Festung anstatt Außenposten. Da kannst du nochmal am besten was drüber sagen, weil das muss ich mir... Also das, man hat ja normalerweise diese Außenposten, wo man dann Wilds einquartieren kann. Ah ja, genau. Genau, wo die dann quasi geschützt sind, wenn jetzt ein Raid kommt oder irgendwie sowas. Und dort haben sie anstatt dieser Dinger quasi eine richtige Festung, eine hölzerne. Und die kann man also auch ein bisschen früher schon bauen. Und das Ding ist auch ganz gut, weil das halt auch noch einen Einfluss auf die Holzproduktion an den Holzlagern nimmt. Und sprich, wenn das auch wieder zusammengebaut wurde irgendwie, dann erhöht sich auch die Holzproduktion gleichzeitig von dem Holzlager. Also es ist auch sowohl militärisch als auch wirtschaftlich interessant. Okay, krass. Okay, nicht schlecht. Ja, und dann haben wir natürlich auch wieder die Wunder bekannt gegeben. Also die haben immer nur ein Wunder bekannt gegeben pro Age Hub. Und ja, hau mal raus, was haben wir denn da für Age 2 bekommen? Also für Age 2 haben wir einmal das Goldene Tor vorgestellt bekommen. Und das ist quasi ein günstigerer Markt. Also man hat dort einen besseren Wechselkurs. Und besonders ist dort auch, dass man da die Lothia-Schiffe ausbilden kann. Das sind besondere Schiffe, da man die nochmal extra in jedes beliebige andere Schiff umwandeln kann. Also es ist, ja, müssen wir mal abwarten, wie sich das Ganze spielerisch gestaltet. Auf jeden Fall sehr interessant so als Wunder. Für Age 3 hatten wir dann die Abtei der Dreifaltigkeit. Das Ding ist wie so ein Kloster und gibt halt einmal günstigere Kriegsmönche und weitere Entwicklungen. Welche Entwicklungen müssen wir da mal schauen? Ja, und für Age 4 haben wir dann die Hohe Rüstkammer. Dort gibt es ebenfalls Weiterentwicklungen für Belagerungstechnik. Und eben auch Belagerungswerkstätten produzieren dort im Umkreis halt günstiger. Also wenn die dort auch wieder zusammengebaut wurden, beeinflusst sich das halt wieder gegenseitig. Und als nächstes gehen wir eigentlich mal abschließend sozusagen auf die Einheiten dort ein. Da kannst du ja mal mit dem Strelizen anfangen. Leute, ich bin so froh, dass es die Strelizen wieder bei den Russen gibt. Wirklich diese billige, dreckige Einheit, die man im Mast ausbilden kann. Ne, mal gucken, wie die sie natürlich in Age 4 wird. Aber sie machen mehr Schaden, wenn sie stehen, das habe ich genommen. Das heißt, wenn sie sozusagen laufen oder halt sich nur kurz stehen geblieben sind, machen sie weniger Schaden. Aber umso länger sie stehen, anscheinend machen sie umso mehr Schaden bei den Gegnern. Genau, sie kämpfen mit einer Muskete, ganz normal. Also es ist auch eine Fernkampfeinheit. Ein bisschen anders ist, sie haben halt gleichzeitig auch eine Axt, womit sie sich im Nahkampf auch verteidigen können. Das heißt, sie sind auch im Nahkampf nicht ganz scheiße. Also müssen wir mal abwarten. Ich denke, dass die Strelizen auf jeden Fall nicht die schlechte Einheit wollen. Ja, auf jeden Fall. Die wird ziemlich viel mitspielen. Genauso wie die Kriegsmönche. Und da gibt es anscheinend dann britene Kriegsmönche. Also die haben eine Lanze, diese Mönche. Und die können auch kämpfen. Und das Krasse an denen ist, dass wenn die angegriffen werden, beziehungsweise wenn die Schaden nehmen, buffen die eure Einheiten in der Umgebung. Das heißt, die Buffen heißt immer verstärken. Das heißt, sie verstärken die Einheiten in eurer Umgebung. In welchen Sinne? Mal gucken. Wahrscheinlich mit Schaden, denke ich mal, oder Lebenspunkten. Und ja. Also es wird auf jeden Fall interessant werden, was das Micron angeht. Weil man möchte den natürlich nicht angreifen, wenn der dann die Einheiten drumherum stärker macht und so. Also wirklich ganz interessante Idee, finde ich. Und sie sind halt wirklich mal im Schlachtfeld mehr gesehen als die normalen Mönche. Die nimmt man zwar auch mal mit. Aber das ist mal ganz interessant so für den Spielverlauf zu sehen. Und ansonsten haben wir hier auch noch berittene Bogenschützen. Das ist auch ganz... Das haben ja normalerweise die... Die gab es in H3 auch so krass. So nervig die Dinger. Aber super cool. Also auf jeden Fall bei den Mongolen auch sehr gute Einheit. Und wie gesagt, die Russen sind ja da irgendwo eine Schnittstelle. Und deswegen haben die die halt auch. Und man kann generell für dieses Volk sagen, sie haben sehr viel Kaffee am Anfang. Und später mehr Schießpulver einhalten. Also so, das hat man zumindest aus den ganzen Texten und den ganzen Interviews und so und Berichten so entnehmen können. Und das war es eigentlich auch. Ja mal Leute, wir hoffen, wir konnten euch ein paar neue Infos geben, falls ihr nicht selber schon ganz gierig auf der Internetseite von Age of Empires geguckt habt. Ich finde eigentlich bisher gab es ein paar neue, coole Infos zu den Völkern. Also wir müssen einfach gucken, wie sich das natürlich wieder spielerisch umsetzt und wie das dann alles aussieht. Aber insgesamt bin ich eigentlich recht zufrieden mit den neuen Infos. Ja, ich eigentlich unterm Strich auch. Ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr Gameplay gewünscht oder sowas. Ja, natürlich. Fast alle, denke ich mal. Aber trotzdem finde ich es gut, dass sie so einen großen Einblick schon gegeben haben, wie das Ganze aussehen kann. Und jetzt wissen wir schon, was am 28. Oktober so ungefähr auf uns zukommt. Und ich muss sagen, nach dem, was wir gehört haben, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall, Leute. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Und ja, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, falls irgendwelche neuen Informationen noch mal rauskommen. Geben wir Bescheid. Und bis dahin würde ich sagen, macht's besser und haut rein. Bis dann, Leute. Tschüss, tschüss.